Zeiten in der A-Liga, die sind nun vorbei, in der Kreis-Oberliga sind wir dabei. A-Liga-Meister, 3ASG, die nächste Runde, die wird wunderschön. Kreis-Oberliga, 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 Kreis-Oberliga. Erster Spieltag Badenberg, zweiter Spieltag weg, Nüßbimbach-Horras hauen wir weg. Wir fahren nach Hildas in die Röhn und machen abends fest, dass wir finden schön. Kreis-Oberliga, 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 Kreis-Oberliga. Lüster und auch Mackenzell schlagen wir na klar, die Fans sind aus dem Holz in die Röhnung wahr. Wir feiern Sieg auf Sieg, die Fans, die toben, die 3ASG, die Stuttgart auf oben. Kreis-Oberliga, 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 Kreis-Oberliga. Unser Trainer aus dem Spät, der heißt Sebastian Schmidt, der reist die Spieler immer wieder mit. Das ist ein Scheifer, ein richtig harter Hund, das ist Portionen wie der Röhnung, Kreis-Oberliga, 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 Kreis-Oberliga. Das ist ein Scheifer, ein richtig harter Hund, der reist die Spieler immer wieder mit. Kreis-Oberliga, Kreis-Oberliga, Kreis-Oberliga.